Mein Name ist Elva, ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Luxemburg. Ich habe mich für Catch Live entschieden, da ich sehr viele gute Bewertungen im Internet gesehen habe. Daraufhin habe ich Sibyl kontaktiert, die mir sehr gut weitergeholfen hat. Ich bin am Flughafen angekommen, die waren mich abholen, alles war super, ins Hotel gebracht, das Hotel war auch klasse. Danach, am nächsten Tag, ist Sibyl mich abholen gekommen, sind wir in die Klinik gekommen und jetzt bin ich in der Klinik. Ich wollte sehr gerne Danke zu Catch Live sagen. Bis zum nächsten Mal.